Herr Dr. Pflug, heute geht es in der Orthopädie um Gelenke, oder? Ja, man kann es ja so sagen. Unsere Klinik heißt Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Das wurde ja vor vielen Jahren zusammengelegt, die beiden Fachrichtungen. Und es geht eigentlich bei uns neben der Grundversorgung der unfallchirurgischen Patienten, also alles, was von der Straße kommt, alles, was an Verletzungen kommt, wird von uns versorgt. Entweder konservativ oder in den meisten Fällen natürlich operativ. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Und neben diesen allgemeinen oder sagen wir mal neben den unfallchirurgischen Patienten spielt das Krankengut der Orthopädie, insbesondere der Endoprothetik von Knie, Hüfte und Schulter, eine ganz entscheidende Rolle. Das hat sich mittlerweile über die Jahre hin sehr stark weiterentwickelt, sodass wir von einstmals eine Prothese in der Woche mittlerweile jetzt von zehn bis zwölf Prothesen teilweise reden in der Woche. Neben diesem Feld der Orthopädie hat auch einen großen Stellenwert mittlerweile die Wirbelsäulenschirurgie eingenommen. Wir haben dort einen Wirbelsäulenschirurgen aus Gera, der bei uns operiert und gleichzeitig ein Neurischirurg ist. Und noch einen zweiten Wirbelsäulenschirurgen, der ein Orthopäde ist. Also wir decken da relativ die breite Palette der Wirbelsäulenverletzungen bzw. degenerativen Wirbelsäulenveränderungen ab und versuchen die größtenteils operativ. Aber wir haben natürlich auch ein Augenmerk auf die konservative Therapie, also das heißt die akute Schmerztherapie. Und bei uns integriert in der Klinik ist noch die multimodale Schmerztherapie unter Leitung vom Scherzdr. Dr. Fischer, die zum Teil von uns mit versorgt wird, insbesondere im Dienstsystem, aber auch Patienten von uns dorthin mit verlegt werden, die ebenfalls versorgt werden. Ein großes Augenmerk mittlerweile, wir wissen alle, der demografische Wandel zeigt uns, dass die Patienten immer älter werden, spielt natürlich die Alterstraumatologie. Dort haben wir ja hier den riesigen Vorteil am Klinikum in Zeit, dass wir eine große geriatrische Klinik haben. Und in Zusammenarbeit mit den Geriatern bauen wir das Alterstraumazentrum auf. Das heißt nichts weiter, als dass die Patienten, die Unfälle erlitten haben im hohen Alter, gleich von Anfang an von den Geriatern mitbehandelt werden, beziehungsweise andersherum gedreht, dass die Patienten von uns, die operiert wurden, in die Geriatrie verlegt werden, und dort, sagen wir mal, optimal die anderen Krankheiten, die eigentlich dominierend sind, mitbehandelt werden können oder überhaupt behandelt werden. Der Unfall ist ja teilweise nur ein Nebeneffekt vom Alter. Das nimmt immer mehr Stellenwert ein. Wie gesagt, das liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr, sehr viele ältere Menschen haben. Im Rahmen der Endoprothetik, das hatte ich vorhin vergessen, bleibt zu erwähnen, dass wir hier seit Jahren ein Endoprothetikzentrum sind, das ständig zertifiziert wird. Jedes Jahr laufen eine Zertifizierung statt. Das heißt, wir werden also von hohen Gremien kontrolliert, wie die Prothetik läuft und werden mit anderen Zentren verglichen. Wir kommen dabei sehr gut weg, sodass ich hoffe, dass die Zukunft da auch gesichert ist und wir das weiter ausführen dürfen. Jetzt wollen wir das für die Zuschauer mal noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Es geht also los, ich sage mal so, angefangen vom normalen Arm- oder Beinbruch über Hüftgelenk, Kniegelenk, bis hin zur Bandscheibe. Bis hin zu Wirbelsäulenbrüchen. Und man darf natürlich nicht verletzen, man denkt immer, Verletzte sind noch Knochenbrüche, sind auch Weichteilverletzungen da. Und sehr oft spielen auch Infektionen, die durch Wunden eingetragen werden, die müssen natürlich auch mit behandelt werden. Das Ziel ist es immer, einen infektfreien Menschen zu haben. Sie haben gesagt, die Zahlen der OPs steigen. Was ist da der Grund? Der Grund liegt einerseits daran, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dadurch natürlich auch die Stürze in der älteren Bevölkerung zunehmen. Und meistens ist ein Sturz gleich verbunden mit irgendwelchen größeren Verletzungen. Entweder durch Einblutungen, sie haben ja oftmals noch blutverdünnende Medikamente, die das dann provozieren. Oder es kommt direkt zum Knochenbruch durch die Osteopose und, und, und. Da kann man so viel aufzählen, was eigentlich da eine Rolle spielt. Man muss wissen, wenn man älter wird, wird eigentlich die Bevölkerung auch kranker. Und damit ist natürlich die Hinfälligkeit, die Stolpergefahr sehr, sehr groß. Und das merkt man sehr deutlich, dass gerade die höheren Altersgruppen viel, viel häufiger operiert werden müssen als die Jungen. Bei den Jungen ist es der Verkehrsunfall oder der Sportunfall, was auch relativ schnell und gut behandelt werden kann. Aber die komplexen Verletzungen in der Geriatrie, also beim alten Menschen, sind eigentlich die Herausforderungen der Zeit. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben einen Kollegen von Gera hier. Ja, wir haben im Prinzip zwei Kollegen. Der eine Kollege, der Kollege Talak aus Gera, arbeitet bei uns an einem oder zwei Tagen, operiert hier Wirbelsäule. Er hat aber hier auch noch einen Sitz im MVZ. Also er bereitet die Patienten hier ambulant vor, sieht die hier ambulant und stellt die Indikationen zur Operation und versorgt die dann auch entsprechend. Ein ambulanter, orthopädischer Kollege, der Kollege Müller aus Gera, versorgt hier seine Patienten operativ an einem Tag der Woche. Das heißt, dass er da vier bis fünf Operationen am Tag ausführt. Da geht es ebenfalls um Bandscheibe. Es geht um die Facettengelenke. Es geht um Wirbelbrüche, die versorgt werden müssen. Also die breite Palette wird dort ausgeführt, dass sowohl an der Lände, aber auch in der Halswirbelsäule. Das sind Probleme, die auch immer mehr in den Vordergrund treten. Das sind Probleme, die auch immer in der Halswirbelsäule, die auch 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 in der Halswir